So, Folge 11 auf dem E-Tabill-Server. Langsam wird es echt warm. Alter. Ich glaube, die nächste offenen Namen mache ich dann ohne. So, ok. Das Wichtigste erstmal ausleuchten. So, das sollte erstmal reichen. Hier hinten. Die Räule steht auch noch mal ein bisschen aus. Mach ich so noch weiter. Oh mein Gott. So, jetzt mal die ganze Koli mitnehmen. Haben wir jetzt relativ viel verbraucht. Dank den ganzen Fackeln. Und hoffen wir mal, dass einer dieser Abzweige relativ weit runter geht. Dass die Hülle nicht ganz umsonst war. Und wir hier ein bisschen Eisen finden. Aha. Aha. Mein Problem ist, wir haben gerade vergleichsweise extrem wenig Kohle. Und wir haben kein Holz dabei. Oh, leck mich doch. Okay, wir müssen also gleich nochmal nach oben gehen. Ein bisschen Holz mitnehmen. Ist da was? Ja, ich weiß, es ist eine absolute Verschwendung, aber leckt mich. So. 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 Dann gehen wir mal nach oben. Klauen wir mal ein bisschen Holz. Und wer da. Jetzt darüber. So. Perfekt. Okay. Holz. 15 Holz haben wir. Und wir haben endlich mal ein bisschen Stein. Zwar leider kein Eisen. Aber mit dem Eisen wird es wahrscheinlich eh doch noch eine Ewigkeit dauern, bis wir wirklich Eisen haben. Und was. Ähm. Von daher werde ich jetzt erstmal hier anfangen, ein Feld anzulegen, was nicht geht, weil wir kein Wasser hier hoch bekommen, weil wir kein Eisen haben, um einen Eimer zu bauen. Lecomio. Scheiße. Na gut. Dann bauen wir halt unser Feld unten am Strand. Wir weiten mal zuerst das Ganze hier ein bisschen aus. Wir weiten mal zuerst das Ganze hier ein bisschen aus. Wir testen, wie es und nicht machen les hier so ein bisschen können. trav 10 Begras. Und damit fahren wir vor. Also etwas, was wir probieren mal zu. das traurige ist ja eine stein schüttel würde auch gar nicht so viel mehr bringen von daher bringt uns hier echt nur geduld was dachte ich habe jetzt noch unterlassen so jetzt ist die kacke aus aber sollte ich den weg nehmen müsste denn sich der schluss langsam wunderschön aufbauen dazu aha ja perfekt wallah wunderschön toll fast easy guckt euch das an absolut perfekt und so kann man zwei kleine flüsse zu einem großen verschmelzen lassen ist doch geil ist doch echt geil so jetzt haben wir hier wasser und in dem wasser können wir dann jetzt ein bisschen sand platzieren also erde was ich natürlich nicht mitgenommen habe ich möchte sterben dann nehmen wir gleich noch ein bisschen erde mit und die gurken und tomaten ähm kartoffeln dann bauen wir uns gleich mal so ein schickes kleines feld ähm wir haben 32 sandkratzen das ist ja echt ein witz kommen wir bauen wir uns mal doch zwei kleine schütteln so und dann wie gesagt ähm das und das und dann gab er sieht unsere display base von hier wir sind also tatsächlich relativ nah an unserer letzte gemaltte aber gut damit kann ich leben wisst ihr was ich finde hier so wie so ein künstlich angelegtes feld rein dann können wir ja den strand ja auch künstlich erweitern also der sieht so schlimm aus wenn es die künstliche da weiter aussieht dann buddeln wir hier mal ein bisschen erste schüttel schon kaputt war ja klar jetzt schüttel schon schüttel 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 ja schüttel schüttel Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wechselt mal schön. Gut, dann kommt jetzt Operation mit Sand auffüllen. Oh, der Schatz. Mann, ich hoffe euch. Was, wir haben grüße Gott an mir? Ernsthaft? Wir hatten auch eine ganze Menge davon. Och, nö. Okay, dann verwende ich mir doch lieber die Flüsse. Die Flüsse. Die Flüße. Die Luise. Jetzt bringt ihr alles nichts hier. Äh, da ist Vollchat. Oh, gucken. Ähm, er kommt jetzt. Fuck off. Nicht so lange überlegen. Einfach mal machen, ja. Ach. Irgendwie meint man hier auch doch tatsächlich beim Zückersand auch einen Unterschied. Mein Inventars, Baby, zu. Habe ich jetzt gar nicht so gespürt dafür, weil heute habe ich für gar nicht so gespürt. Aber es fühlt sich tatsächlich so an, als wenn sogar dann, naja, doch auch etwas schneller mit Schippe geht. Ich bin dahin. Ich bin jetzt mit Schippe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, perfekt. Perfekt. Easy. No problem. So, pass auf. Hier hinten die Ecke ist auch immer weg. So. Was das hier nochmal darstellen soll. Der Mäppchen hat so eigene Bedürfnisse, was so Optik und so angeht. Perfekt. So, easy. Das ist aber wieder eine schöne große Fläche. Schönen großen Teich. Wasser. Passt so. Geil, um hato. Okay. Äh, gut. So, sieht schon aus. Ich würde mal sagen, tausend Folge Ende. Und dann nächste Folge ziehen wir hier den Dinger weiter. Ja. In dem Sinne also. So. Schaum mit Fauna. Achso. Okay. Geht so. So. Schaum mit Fauna.